Teil 10 von Komische Lyrik Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dilemma von Wilhelm Busch Das glaube mir, so sagte er, die Welt ist mir zuwider, und wenn die Grübelei nicht wär, so schesse ich mich da nieder. Was aber wird nach diesem Knall sich später hinbegeben? Warum ist mir mein Todesfall so eklig wie mein Leben? Mir wäre doch Potzappalott der ganze Spaß verdorben, wenn man am Ende gar nicht tot, nachdem das man gestorben. Ende von Dilemma Aufgenommen von Bettine